Ich hab... Ich hab mehr HP als du. Okay. Ah. Das ist natürlich merkwürdig. Das ist ein Lederverarbeitungslehrer so voll ab... Abgesch... Wer ist das? Abge... Und hier geht gerade irgendwie voll die Party ab. Das sind so Leuchtraketen und so ein Shit. No. Warte mal. Warum hast du wirklich so viel Leben? Entweder... Ich hab, glaub ich, nicht mehr. Nö. Warte mal. Okay. G'ne Ahnung, aber du hast auch nicht Thinks back an. Doch. Echt? Mhm. Lol. Warum? Weil man da mehr Schaden macht mit der Tank-Skillung. Auch bei normalen Mobs? Ja. Okay. Warte mal, ich muss kurz mit Inventar markieren. Kurz zum Händler... Brausen. Mach das. Bei meinem Browser. Ich kann dir dann schon mal da nach oben fliegen und dich dann nachporten. Kannst du noch. Ähm... Jetzt gleich hab ich nicht mehr so viel Leben. Ich hab' ne neue Kette. Schon wieder, glaub ich. Ich hatte eben schon mal ne neue Kette. Tatsache. Tatsache. Boah, irgendwie hab ich Hunger. Also jetzt ab nach Nagrand. Oh ne, erst mal nach da oben. Stimmt. Das darf man natürlich nicht vergessen, ne? Hört man mein PC immer noch? Ja, geht, ne? Hört man nicht so toll, aber... Aber irgendwie höre ich gar keinen Game-Sound. Das ist natürlich auch ganz geil. Scheiße, man. Sound... Ich hab' den zu hochgestellt, aber... Also zu sagen... Ich schalte mich an, mach' den aber auch nicht. Ich hab' den Hall aktiviert. Und Kopfhörermodus. Sound-Kanäle. Ja, da passt. Boah, ey, dieser blöde... Händler, ey, der rett die ganze Zeit weg. Lass dich am Trollen, ne? Nee. Nein, natürlich nicht. Der Teufels-Häscher, der hat auch, glaub ich, keinen Plan, wo der hin will. Oder? Ich glaub' ich geh' Okay, nochmal nach Tanaris und hol' mir diese komischen Nogga-Tränke, da. Wär cool. Können wir ja mal aufs Creme machen. Okay. Nogrum gehustet. So, die Quest hier abgeben. Ja, ja, ist schon klar. Und so. So, ich hab'... soll ich dich ran-porten? Ja, kannst. Oder, warte. Ja. Port kommt. Jiiiiiii... jetzt. Hm, okay. Mh, machen wir da noch mal ne kurze Auto-Fallung. Ja, schön, dass du einfach mal keine Klamotten an hast. Ne, sondern wir sind vom Teleport weggegangen. Ne, sondern wir sind vom Teleport weggegangen. Natürlich. Hör back. Wie hast du da liegen lassen, oder wie? Ist nur dein Körper reported. Wir machen noch mal ne, eben ne kleine Aufnahmepause, bevor wir dann rüber gehen, okay? Okay. Ja, dann lass' mir eben hier bleiben. Dann bis gleich. Jo, da sind wir wieder. Ich ess grad noch einen leckeren Apfel. Ja. Was man zwar hört, aber... Ist nicht so schlimm, oder? Moment, ich muss kurz mal den, ähm, Teufelsescher finden. Ich weiß. Willst du nicht das Erz da abbauen? Nee, da sind so Vögel. Oh, nein. Ganz auch ohne Film zu kennenzulernen. Ja, aber ich hab' keine Schmerz. Sake. Er fail. Ich hab's gerade eben verkauft. Oh, meine, Junge. Ja, jetzt müssen wir zumindest sich mehr auf Follow. Kann nicht so liebchen sein. Nein. Nein. Unmöglich. Nur kann man hier eine Schmerzsacke kaufen, ey. Guck mal, bei der auf dem Tisch liegt so eine Packung Marlboro. Ich mach den Rückkauf. Nur kann man nicht. No. Ja, weil ich ganz viel verkauft habe. Sollen wir uns eben eine Tieten? Nein. Die Einkaufssteine und so. I get my Einkauf money. No. Nein, hier ist bestimmt noch irgendwas. Ich glaube eigentlich kaum. Ja, auch klar. Überall gibt's sowas. Na, außer da, wo man's gerade braucht. Nein, das gibt's beim Gümschtwarenhändler. Ja, bestimmt. Ja, klar, gibt's was. Da war aber doch gerade einer. Nein. Nicht? Nein, das war was anderes. Das war ein Reagentien. Tja. Ja, das war so blöd, nicht ihr Follows. Wahrscheinlich nicht. Dann wollen wir nicht mehr so einen entlang. Haha. Schade. Mann. Hier müsste doch einer liegen. Eine Spitzage. Ja, dann sollen wir so nach Nahgerand. Ich brauche mal eine Spitzage. Fälle hattenbaum. Vielleicht hat so ein, äh, Tavernenmensch so eine. Nee. Das nervt, ey. Nein, mein Affel ist voll sauer. Verlaufs. Könnte er nicht. Dann hol ich mir kurz an den Sturm mit. Dir ist klar, dass ich dich nicht mehr porten kann? Nein. Na, dann fliegen wir erstmal nochmal ran. Okay. Da ist Dove. An so einem Apfel ist ja... Ich weiß nicht was das ist, aber da ist so ein Stoff drin, ne? Dann hat man danach irgendwie auch noch Hunger. Sogar noch mehr. Stopp. Ich weiß gerade nicht, was für ein Stoff das ist. Sogar, dann spiele ich jetzt ein Minigame auf meinem Desktop. Jaaaa! Ha. Genau. Ja, mach ich gerade. Ich merk's. Jetzt grad nicht, weil ich jetzt grad Richtung wechseln muss. Mhm. Das Spiel heißt Powder Toy. Das ist kostenlos. Ich frag mich, ob ich schon irgendwo gegenfliege. Nein, du fliegt in die Luft. ganz schön falsch eigentlich, ob bei mir geht. Ich flieg niemals falsch. Nö, nie! No. Ich find so gut, ich flieg niemals falsch. Ich kann dir ne Quest abgeben. Das macht es mal eben. Nee, tu's mir nicht! Doch! Du! So am immense frequencies, kann ich ohne Pass "... in den Zangamarschen und diese wahrscheinlich aber er war sie ist wie kurz nach Schadrat und Verhulstern zu bewegen macht uns keine Ahnung wo Schadrat der gemischt waren Frau Köln der Woche die Künstler oder ich auch nicht wer aber praktisch schweizig das so wenn es gewohnt hat oder oder nicht es ist das Haus von der Woche Friedenswahrer von Schadrat die nie steht da nicht nicht die Schwarte zu einem Beruf Bergbau da bei dem Bergbau Pernam das glaube ich auch Spitzhand geben Friede sei mit euch ich habe mich noch gar nicht entschieden hier bei Schadrat welche was ich sein die ja oder die Spieger ein Seher müssen das andere sind Späher ich weiß auch nicht was ich werden soll das ist so egal da ich sehe ich ja jetzt habe ich eine Picke oh mein Gott oh ich hab e-mail bekommen nehmt den Weg den nur viele gehen mhm aber ich bin gleich schon in der Grande und du meinst ich nicht falsch Sollen wir Nesersturm oder Schattenmonteil hä? Sollen wir Nesersturm oder Schattenmonteil dann später questen? und Schattenmonteil ich mag Nesersturm wollen wir echt nicht Nesersturm? wir können ja die Zuschauer entscheiden lassen also schreibt jetzt drunter was ihr sehen wollt oder nicht oder wir machen keine Ahnung schreibt drunter dann werden wir es versehen so wir kommen in den Nachwarn und so wo sollen wir denn anfangen? hier direkt am Anfang oder? dann werden wir sehen dass die Schaden und Halbwolle ist das weil sie wollen sehen wie man den Neidertrag macht ja ich muss ja natürlich erstmal zum Startgebiet fliegen hier gibt es aber auch schon Quest also ja das ist das mit dem nach Grau Röden dann machen wir das mit der Expedition ich kenne die Quest nicht grüße das weiß ich bleib auf dem Boden grüße ziehe den Ehrenfreund wollen wir eigentlich dann auch nochmal Dings machen? weil ich kann doch einfach teilen, oder? nee, ich bin ja, aber das Spiel ist so gut wie ich mich spiele das ist so krass ah, das ist ein Erz ich bin außer Reichen aber das ist nicht aber das Spiel ist nicht irgendwie so ein Spiel, was man so sehen will ja, muss man wenn selber zocken ok ja ja das legt irgendwo noch auf das legt irgendwo noch auf ja das legt irgendwo noch auf jetzt, boah, aber die Queste so scheiße da muss man immer so 60 500.000 Leons Viecher kill ja, sieht was aus boah, das ist aber laut ich weiß was, das ist soo nicht das ist zu weit in der Reihe boah, hier sind zwei Erzeln wir müssen diese Grollhufen hier killen und diese Viecher die du fragst jetzt mhm was, ich kann immer noch kein Adamantit abbauen, was ist das denn? hm hm wann kann man das erfahren? ab 320 also viel mehr oooh 6 Punkte hm 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 hat das finde ich auch gefehlt nun am Buch hier man kann ja hier wie alles gehen und es gibt einen das Land fest was gibt es einen ja aber nein also hier so sind besser wenn wir eben ob mir kräft da ein Grollhub um und am Ende gibt es sich erst dann muss man in den Markt gehen Nürnchen muss sie einfach nur zu zweit bei der Stoßen sagt was man Spoiler eigentlich nur die Leute die kein Euro wie kennen wenn sie so wie ich kennen wissen wäre ich was Nimmer sagt die auch immer so das hat er auch bei die klinik gequälter Elementar das ist immer noch auf wie viel hast du Wilddruck Windblock 2 ein Spaß 7 aber noch ein Jahr 2 8 ich hätte Früher musste man da immer von jedem 30 killen Aber 15 ist auch ganz schön viel 12 Ja Ist trotzdem viel, 5 hätte gereicht Nein Bei wenig eigentlich Früher gab es da richtig viele Quest mal gesehen Killen